Hallo und herzlich willkommen zu unserer Vorstellungspressekonferenz mit unserem neuen Cheftrainer Rüdiger Rehm. Herzlich willkommen an der Stelle erstmal Rüdiger. Bevor wir die Fragerunde dann mit dir eröffnen, gehört das erste Wort unserem Geschäftsführer Sport und Kommunikation Dietmar Beiersdorfer. Dieti, nimm uns doch mal bitte kurz mit und erläutere für uns die Entwicklungen der letzten Tage, die jetzt durchaus wieder intensiv für die Schanze waren. Bitte. Ja, erstmal an alle Medienvertreter, herzlich willkommen hier bei uns im Audi Sportpark. Herzlich willkommen Rüdiger, bei uns hier das erste Mal auf einer PK. Ja, die letzten Tage, natürlich liegt es an uns, die Situation oder lag es an uns, die aktuelle Situation zu beurteilen unseres Klubs. und natürlich nach vielen intensiven Gesprächen und Austausch, natürlich auch mit Malte Metzelda, aber genauso mit den Gremien, meinen Kollegen, Geschäftsführer, sind wir zur Überzeugung gekommen, bin ich auch zur Überzeugung gekommen, noch mal einen Impuls zu setzen. Wir haben ganz, ganz wichtige Spiele vor uns und die Situation hat sich wie folgt dargestellt. Wir wollten jetzt nochmal wirklich mit der Verpflichtung von Rüdiger diese Energie in den letzten zwei Spielen reinbringen. Erstens, einerseits, aber natürlich auch im Wesentlichen auch einen Mann an unserer Seite haben, der uns unseren Klub, unser Team, unsere Mannschaft auch entwickeln kann, konzeptionell entwickeln. Und das war uns ganz, ganz wichtig. Natürlich ist unser Fokus nach wie vor und noch verstärkter denn je auf den Klassenhalt ausgerichtet, aber uns liegt natürlich auch an der Zukunft und wir müssen die Szenarien bedenken, die uns möglicherweise erwarten können. Und damit denken wir, dass wir mit Rüdiger Rehm den richtigen Mann ausgewählt haben, auch uns konzeptionell weiterzuentwickeln. Vielen Dank für dein erstes Statement, Didi. Damit geben wir das Wort dann auch schon an unseren neuen Cheftrainer. Ja, Rüdiger Rehm, jetzt seit kurzem bei den Schanzern. Die Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, ist, was kann man in zwei Tagen mit einem neuen Team bewirken vor diesem wichtigen Spiel, das uns gegen Hannover erwartet? Bitte. Ja, erstmal natürlich auch Hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ich hier oben sitzen darf. Und die Jungs haben mich auch sehr, sehr freundlich empfangen. Ich kenne den einen oder anderen. Ich habe ihnen gesagt, wir haben schon einige Schlachten gegeneinander geschlagen und jetzt gilt, einen großen Kampf anzunehmen und gemeinsam zu kämpfen. Und ich glaube, das ist die Hauptbotschaft, die ich den Jungs eigentlich auch mitgegeben habe und von denen ich auch überzeugt bin. Ich bin von ihrer Qualität überzeugt. Ich weiß auch, dass wir in den letzten Wochen natürlich auch ein paar Problemchen hatten, die wir auch erstmal beheben müssen. Aber es hat, glaube ich, auch gezeigt am letzten Samstag gegen Rostock, dass man wirklich auch mit einer Truppe oder auf die Truppe sich verlassen kann. Aber sie weiß auch, und das ist natürlich auch eine klare Botschaft, dass sie nicht ihre Leistungen, die sie bereit sind oder die sie leisten kann, bisher abgerufen hat. Und da gilt es natürlich auch vor allem den Fokus drauf zu legen, dass jeder sich an der eigenen Nase packt. Ich habe heute einige Einzelgespräche schon geführt, auch mal mit zwei Spielern gleichzeitig, einfach um auch den Jungs klarzumachen, dass das, was sie bisher geleistet haben in der Saison mit allen Unwägbarkeiten, die es natürlich auch gab, nicht ausreichend ist. Und sie sind natürlich auch gefordert, an die Leistungen, die sie bringen können, auch wirklich ranzukommen. Und da müssen sie sich selber auch dazu zwingen und müssen auch sich selber an die eigene Nase fassen. Und von daher wissen sie um ihre Schuld. Und jetzt geht es eben darum, diese Schuld versuchen nochmal bestmöglich zu revidieren und eben die Saison jetzt anzugehen und so anzugehen, wie sie es im Endeffekt sich selber auch vorgestellt haben. Weil das, was bisher war, war sicherlich nicht das, was sie können. Und jetzt müssen sie zeigen, was sie können. Vielen Dank, Rüdiger. Damit habt auch ihr nun die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Bitte um ein kurzes Handzeichen, dann kommt der Kollege mit dem Mikro vorbei. Und dann könnt ihr eure Frage an unsere beiden Protagonisten hier vorne stellen. Bitte, kurzes Handzeichen, wenn ihr schon eine Frage habt. Wer möchte den Anfang machen? Blickkontakt. Da unten ist Benni Siegmund von der Neuburger Rundschau. Mikrofon kommt. Bitte, Benni. Ja, vielleicht die Frage an beide gerichtet. Können Sie nochmal den zeitlichen Ablauf kurz skizzieren? Es ging ja doch alles recht schnell nach der Trennung von André Schubert. Kurz danach dann schon praktisch die Bekanntgabe von Rüdiger Rehm als neuem Trainer. Ja, das ist richtig. Wir haben André das am Morgen mitgeteilt und sind dann natürlich auch in Gesprächen mit Rüdiger so weit gekommen, dass wir es noch nicht sofort verzeichnen konnten bzw. veröffentlichen konnten, sondern es waren noch ein paar formale Details zu klären. Das haben wir dann gemacht und haben das dann am Abend auch verkündet. Also gab es den Kontakt schon länger praktisch? Bitte? Also gab es den Kontakt zueinander dann schon auch die Tage zuvor schon länger? Ja, also das ist so, dass natürlich ist es auch unsere Pflicht, Vorkehrungen zu treffen. Wir haben hier eine gewisse Verantwortung für diesen Club übernommen und das liegt einfach in den Aufgaben und in der Pflicht, auch von einer Geschäftsführung die Geschicke des Clubs zu lenken. Und natürlich muss man dann auch schon einzelne Gespräche führen. Das haben wir getan und haben das dann auch finalisiert mit voller Überzeugung. Gehen wir in diese Partnerschaft und freuen uns drauf. Vielen Dank. Daneben direkt gleich die nächste Nachfrage. Bitte schön. Daran anschließend jetzt zum Zeitpunkt. Also man kann ja schon sagen, dass das letzte Spiel gegen Rostock mit 18 fehlenden Leuten einigermaßen gut gelaufen ist. Und trotzdem kommt wenige Tage danach dann der Trainerwechsel. Können Sie vielleicht zum Zeitpunkt noch was sagen? Ja, also ich glaube, dass das Spiel gegen Rostock auch schwer zu bewerten ist. Also grundsätzlich war die Situation natürlich schwer. Auch für André Schubert war die Situation schwer. Das muss man sagen, das habe ich Ihnen auch gestern gesagt. Aber dennoch müssen wir natürlich die Verantwortung nehmen, Entscheidungen zu nehmen, Entscheidungen zu treffen, wie es mit dem Klub in dieser Situation weitergeht. Und wir sind der festen Überzeugung, dass wir nochmal einen Impuls setzen mussten und auch wollen. Und wir haben uns natürlich das Profil auch vorher zusammengestellt, welchen Trainer brauchen wir. Und da sind wir zu der Entscheidung gekommen, dass wir einen Trainer brauchen, der Energie hat, der eine Ausstrahlung hat auf die Mannschaft, der die Mannschaft ergreifen kann, der die Mannschaft mitnehmen kann und der eine Mannschaft entwickeln kann. Weil wir beide Perspektiven abbilden wollen, nämlich das kurzfristige Szenario noch für den Klassenhall zu gehen, alles dafür zu geben, den Klassenhall zu erreichen, aber natürlich auch eine Mannschaft aufbauen zu können, eine Mannschaft zu führen zu können, eine Leistungskultur herstellen zu können und damit den FCI auch mittelfristig sehr, sehr gut aufzustellen. Und da ist am Schluss das Profil von Rüdiger rausgekommen und wir sind sehr, sehr froh, dass wir ihn heute hier präsentieren können. Vielen Dank, Didi. Dann gibt es eine weitere Nachfrage vom Kollegen Stefan Stock von TV Ingolstadt. Ich bitte einmal kurz um die Übergabe des Mikros. Vielen Dank. Sehr gut. Ja, meine Frage würde an Herrn Rehm gleich mal gehen. Erstmal herzlich willkommen natürlich hier in Ingolstadt. Jetzt haben Sie zuerst mal die Frage, Sie waren zuletzt in Wien-Wiesbaden knapp fünf Jahre, sind dort Rekordtrainer gewesen, also sehr konstante, lange Zeit auch. In Ingolstadt war der Trainerstuhl zuletzt eher so eine Art Schleudersitz in den letzten Jahren, wenn man das betrachtet. Warum trotzdem für Sie die Entscheidung pro Ingolstadt? Also ich habe zwei Stationen, wo ich über vier Jahre war und beide Stationen sind vorher ein Schleudersitz gewesen und nach mir ein Schleudersitz gewesen. Also von daher, wenn ich hier die vier, fünf Jahre wieder hinkriege, dann sind wir, glaube ich, alle zufrieden, weil dann waren wir erfolgreich. Und darum geht es. Also ich bin bis jetzt einmal oder ich habe drei Vereine in zehn Jahren oder so was, muss ich jetzt nochmal nachrechnen, wie viele Jahre es sind. Und drei Vereine in zehn Jahren ist schon eine sehr, sehr gute Quote eigentlich für einen Trainer. Da gibt es sicherlich einige Kollegen, die haben mehr Clubs. Und von daher bin ich ganz zufrieden mit meiner Statistik, was das angeht und habe hier natürlich auch vor, nicht nur über dieses halbe Jahr zu denken, sondern drüber hinaus. Ja, und das ist auch das, was ich mit den Verantwortlichen natürlich auch gesprochen habe, dass ich kein Trainer bin. In der Situation sind wir auch nicht, wo wir jetzt darum reden müssen. Wir brauchen jetzt einen Feuerwehrmann, der uns nochmal fünfmal heiß macht und entweder es klappt oder es klappt nicht. Sondern ich habe schon immer versucht, Struktur in meine Aufgaben reinzubringen, in die Vereine, in die Mannschaften reinzubringen. Und das ist mir aufgrund der längeren Laufzeit, glaube ich, auch ganz ordentlich gelungen mit Erfolgen, aber auch mit Misserfolgen. Und trotzdem hat man zum Teil auch festgehalten. Und das ist einfach so ein Punkt, wo ich einfach sage, wo wichtig ist. Und den müssen wir jetzt im Endeffekt auch in Kauf nehmen. Wir müssen wissen, wir wollen das Maximale rausholen. Ja, es ist eine unglaublich spannende Aufgabe. Ich habe natürlich eine gewisse Verbindung auch mit dem FC Ingolstadt aufgrund der Aktionen vor ein paar Jahren, wo wir nicht mehr darüber reden wollen. Aber deswegen habe ich mich hier oben natürlich auch relativ schnell wohlgefühlt. Und ich hoffe, dass ich dem Verein dann eben das wieder zurückgeben kann, was ich ihm mal genommen habe. Und von daher freue ich mich unglaublich auf diese Aufgabe, auf diese Möglichkeiten, die wir hier haben. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, relativ schnell dann auch sowohl zuzusagen als auch wieder einzusteigen. Weil so eine Chance sehe ich, dass man sie nicht so oft kriegt im Fußball. Und wenn eine Chance da ist, wie im Spiel auch am Samstag, dann müssen wir sie nutzen. Eine kurze Nachfrage vielleicht gleich, weil wir wollen natürlich schon gerne darüber reden. Sie haben gute Erinnerungen hier an den Audi Sportpark. Inwieweit ist das vielleicht irgendwo auch, ja, sagen wir mal, ein komisches Gefühl, jetzt auf der anderen Seite in Anführungsstrichen zu stehen. Und inwieweit natürlich auch ein Vorteil, weil man ja einige Spieler auch noch kennt. Ja, einige sogar noch, die in diesem Spiel auch tätig waren. Ich habe ja eine Breitseite bekommen letztes Jahr schon. Die haben sie mir schon zurückgezahlt. Deswegen ist das Thema, glaube ich, ausgeglichen und pari-pari. Und ich kann mich in guten Mutes auch wieder hierher trauen. Nach dem 1-4, wo sie mir schön abgewatscht haben mit meiner Mannschaft, ist es, glaube ich, in Ordnung, dass ich wieder hier auftreten kann. Und die Jungs haben mich auch nicht verflucht, als ich gekommen bin oder als wir uns heute zum ersten Mal gesehen haben. Und ja, Fußball ist so. Man bekämpft sich zuerst und irgendwann gibt es aber auch Wege, die zusammenführen. Und die 90 Minuten auf dem Platz gibt jeder für seine Farben alles. Und danach geht es eben dann auch im normalen Leben wieder weiter. Und dann sollte auch immer wieder das gemeinsame Wohl vorne dran stehen und nicht der Kampf gegeneinander. Danke. Vielen Dank. Gibt es an der Stelle weitere Nachfragen? Flo Wittmann vom Donaukurier. Bitte, Flo. Ja, hallo, Herr Rehm. Zwei Fragen. Vielleicht, wenn Sie sich selbst kurz als Trainer und Ihre Art und Weise, wie Sie coachen, beschreiben könnten. Und vielleicht ein paar Worte zu Ihrem Trainerteam, wen Sie als Co-Trainer mitbringen oder wie sich das Trainerteam jetzt aufstellt. Danke. Zunächst, ich glaube, jeder kennt mich als einen sehr, sehr ruhigen Trainer, der auf seiner Bank sitzt und versucht, das Spiel analytisch aufzunehmen und aufzupassen. Nein, ich glaube schon, dass ich einer bin, der mitlebt, der eine Mannschaft versucht auch anzupeitschen. Ja, manchmal auch vielleicht mal übers Ziel hinausgeschossen hat, schon in seiner Trainerkarriere, aber niemals so weit drüber hinausgeschossen, dass es irgendwo verletzlich gewesen wäre. Ja, sondern es ist immer so, dass ich dem Wohl meiner Mannschaft immer oberstes Gebot gebe in den 90 Minuten. Ja, dann auch mit meinen Kollegen vielleicht mal das ein oder andere Mal hader. Aber auch da ist es wichtig, dass man sich nach dem Spiel dann immer wieder die Hand gibt. Und auch mit dem Schiri das ein oder andere Mal hader, das passiert auch. Aber auch da ist es immer bis zu einem gewissen Grad erlaubt. Und manchmal kriegt man eine gelbe Karte, dann ist man verwarnt und dann ist es auch wieder okay. Aber von daher, nein, ich bin sicherlich ein leidenschaftlicher Trainer, der versucht, seiner Mannschaft die höchste Bereitschaft in den 90 Minuten mit auf den Platz zu geben, mitzugeben. Ja, im Training auch das Maximale fordert, auch von Ihnen selber das Maximale fordert. Jeder Spieler ist im Endeffekt auch eine Einzelgesellschaft, der gucken muss, dass er sich selber in die bestmögliche Situation bringt, dass die Fitness ganz oben ansteht. Ein Spieler, der nicht auf seine Fitness achtet, kann nicht das hundertprozentige Leistungsvermögen abrufen und kann auch nicht der Mannschaft dementsprechend so weiterhelfen. Und da gilt es eben für jeden auch wirklich an diesen Punkten anzusetzen und eben zu gucken, dass er sich da auch selber in die eigene Nase fasst. Und da gibt es immer Bedarf. Ja, die Spieler haben da immer noch Möglichkeiten, etwas auszuschöpfen und da werde ich natürlich auch dranbleiben. Das heißt, ich habe viele Mannschaften und viele Spieler jetzt durchlaufen in meinen Jahren, habe sie versucht weiterzubringen. Das war immer mein größter Wunsch, auch wenn vielleicht ein Spieler mal hinten dran war, trotzdem immer wieder nochmal etwas auf den Weg zu geben. Ich habe eine Mannschaft entwickelt oder habe viele Mannschaften entwickelt und das gleiche Ziel habe ich jetzt auch hier beim FC Ingolstadt, eine absolut für mich gut, qualitativ gute Mannschaft jetzt zu trainieren. Vielleicht die beste, die ich jemals trainiert habe, man weiß es nicht. Das wird man dann sehen, wie die nächsten Wochen, Monate ablaufen werden. Das müssen Sie mir zeigen. Und ich bin bereit, eben Ihnen zu helfen. Aber es geht immer nur bis zum gewissen Grad. Den Rest müssen Sie selber machen. Dann zum Trainerstab, was Sie gefragt haben. Ja, ich bin erstens mal super aufgenommen worden. Die Jungs haben versucht, mir das Leben so schnell wie möglich, so leicht wie möglich zu machen. Wir saßen zwar auch schon lange zusammen. Es war gestern noch ein langer Tag. Es ist heute schon ein sehr früher Arbeitsbeginn gewesen. Das wird nicht jeden Tag so sein. Aber es war halt heute einfach auch nötig, um also wirklich alles durchzusprechen. Wir haben ganz, ganz wenig Zeit. Ja, das habe ich auch der Mannschaft gesagt. Ich kann jetzt nicht den größten Einfluss nehmen. Den größten Einfluss können nur die Elf, die in dem Moment auf dem Platz stehen, beziehungsweise die, die dann reinkommen, nehmen für das Spiel am Samstag. Mein Trainerstab hat versucht, mir alles zu ermöglichen, alle Einblicke zu geben. Ja, und hat sich auch von der Arbeitszeit her, ich glaube, da sind wir diese Woche schon über dem Schnitt, würde ich auch von der besten Seite gezeigt. Und von daher bin ich damit sehr, sehr zufrieden. Optimierung gibt es immer und da werden wir auch die Augen offen halten. Aber wir haben jetzt noch nichts entschieden in diese Richtung, sondern ich bin froh, dass es gestern alles so schnell über die Bühne ging. Ja, dass wir da den zeitlichen Rahmen so stecken konnten, dass wenn wir für Samstag noch was erledigen wollten, dass wir das gestern dann hingekriegt haben. Und da waren alle Verantwortlichen relativ schnell einer Meinung, wir müssen das rechtzügig hinkriegen, haben die Köpfe zusammengesteckt, haben zwei, drei Dinge hin und her geschoben und dann waren wir bereit zu beginnen. Noch eine Nachfrage beim Fluch? Ja, bringen Sie altbewährte Co-Trainer, mit denen Sie schon zusammengearbeitet haben, mit? Nein, das ist jetzt kein Thema, weil da habe ich mir wirklich noch keine Gedanken großartig drüber gemacht, weil jetzt steht im Vordergrund, dass wir die Mannschaft für Samstag vorbereiten. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich heute schon wieder hier sitze und für Samstag ein Spiel vorbereite. Also wenn mir das einer am Montag oder Dienstag gesagt hätte, hätte ich gesagt, nie im Leben. Aber so schnell ist Fußball, so schnell lebe ich es Fußball. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt auf die Aufgaben konzentrieren, die wir haben. Und das nützt jetzt nichts. Ich bin mit dem Trainerstab zufrieden. Wir haben aus dem NLZ den einen oder anderen, den wir da zunehmen können, wenn wir noch Manpower brauchen. Und da ist auch eine hervorragende Arbeit zu verrichten. Also die Jungs können da auch was und deswegen müssen wir jetzt nicht auf Biegen und Brechen uns noch irgendwelche anderen Türen gerade aufmachen, sondern wir gucken, dass wir diese Arbeit, die wir jetzt vor uns haben, erledigen. Und da gibt es genug zu tun. Und alles andere, wir werden uns immer optimieren. Also ich bin nie mit dem zufrieden, was ich habe. Didi und Malte werden das auch noch merken. Das ist halt dann immer so. Aber ich gehe auch immer nur bis zu dem Punkt, wie es mir auch erfüllbar ist. Und von daher werden wir gucken, dass wir das optimieren können. Aber da gibt es nicht mehr zu sagen. Alles klar. Vielen Dank. Gibt es an der Stelle noch weitere Nachfragen? Wir schauen nach links und rechts und haben Bernie König. Genau. Einmal das Mikro. Bernie König vom Kicker. Bitte, Bernie. Hallo Herr Rehm. Also ich hätte jetzt mal eine Frage. Worin lag eigentlich der Anreiz, den FC Ingolstadt in der aktuell schwierigen Situation jetzt zu übernehmen? Und vielleicht nur als Nachfrage, ist es vielleicht auch eine besondere Motivation, mit so wenigen Punkten zu so einem Zeitpunkt den Klassenerhalt noch zu schaffen? Das wäre fast ein kleines Wunder. Ja, aber das kleine Wunder hat der FC Ingolstadt vor zwei oder drei Jahren dann, nee, zwei Jahre, 2019 auch schon fast geschafft. Da standen wir zur Winterpause auch, glaube ich, mit sieben oder acht Punkten da. Das sind wir noch nicht, weil wir haben noch zwei Spiele. Also das heißt, wir können noch was dazu packen und das wollen wir auch. Wir sehen das Spiel am Samstag als ein Bonusspiel der Vorrunde. Und dann brauchen wir eine überragende Rückrunde. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Und ich glaube, die Aufgabe hier, die ist doch fantastisch. Also wenn ich vor ein paar Jahren, ich habe Ralf Hasenhüttl sehr, sehr lange verfolgt und gesehen, was hier möglich ist. Und ich will jetzt nicht von solchen Themen sprechen und unterschweben, aber ich weiß, dass ein unglaubliches Potenzial da ist. Und wenn so ein Verein auf mich zukommt und mich fragt, ob ich dabei sein möchte, den Verein wieder in gute Fahrwasser zu bringen und dieses Jahr eben noch was Unmögliches eigentlich wieder möglich zu machen, wie es ihr von der Presse seht. Ich sehe es nicht so, weil es war schon mehrmals, ist es geschafft worden von verschiedenen Vereinen, nicht nur im FC Ingolstadt, sondern FSV Mainz hat es letztes Jahr auch präsentiert. Und der Glaube versetzt Berge. Und das ist das, was ich reinbringen will. Ich will Struktur reinbringen. Ich will eine Strategie reinbringen. Ich will Optimismus reinbringen. Ich will versuchen, jeden, der mitgehen möchte, diesen Weg mitzugehen. Und da habe ich genug Power. Ich hatte ja fünf Wochen Zeit, mich auszuruhen. Das hat mir wohl gereicht, um zu sagen, ich steige wieder ein. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Dann waren auf der anderen Seite noch weitere Nachfragen bei den Kollegen von der Neuburger Rundschau. Bitteschön. Benni Siegmund noch mal. Es ist ja auch die einzige Gelegenheit, vorm ersten Spiel gleich mit Ihnen zu sprechen. Jetzt war in Ingolstadt die letzte Woche natürlich arg geplagt, wegen Corona-Ausbruch. Tenden Sie, sollen Sie was zur aktuellen Personallage sagen? Wie viele Spieler dann zurückkommen? Also es hat sich auf jeden Fall entspannt. Wie viele jetzt genau zurückkommen, kann ich Ihnen auch nicht 100 Prozent sagen, weil ich nicht 100 Prozent überwirt war in das, was gefehlt hat. Aber die Personallage hat sich entspannt. Es sind genügend Spieler wieder auf dem Platz, sodass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass der Kader nicht vollständig sein wird. Wie es genau aussieht, weil natürlich dann auch mal geguckt werden muss, wer eben aus welcher Phase rauskommt und wer überhaupt einsetzbar ist und wie einsetzbar ist. Da muss ich mir, ich habe jetzt den ersten Eindruck vom Training, habe mir die ersten Eindrücke verschafft. Da wird keiner irgendwo angeschlagen von denen, die ja heute auf dem Trainingsplatz waren. Aber es gibt natürlich noch den einen oder anderen, der noch ein bisschen Rückstand hatte, der auch individuell trainiert hat. Aber da müssen wir jetzt gucken, wie wir die Jungs hinkriegen. Auch die sind noch möglich für das Spiel am Samstag. Aber den 100-prozentigen Einblick, den habe ich selber noch nicht. Und weil morgen kommen auch nochmal welche zurück. Also von daher bin ich gespannt, wie wir dann morgen den Kader stellen. Und ich kann nur sagen, die Elf, die drauf sein werden, die werden brennen. Und die werden alles versuchen, drei Punkte für den FC Ingolstadt gegen Hannover zu holen. Vielen Dank. Ganz kurz ergänzend dazu, also es handelt sich dann summa summarum um zehn Spieler von diesen 18, die gegen Rostock gefehlt haben. Also davon sind zehn Jungs wieder voll im Training dabei gewesen heute. Inklusive Spielern wie Dennis Eckerej und Patrick Schmidt, die ja auch aus den Verletzungen jetzt wieder im Mannschaftstraining dabei sind. Genau, so viel zu dem Update. Da war noch eine weitere Nachfrage. Nur eine kurze Nachfrage dazu. Die zehn wurden dann freigetestet, beziehungsweise da sind dann Leute dabei, die freigetestet wurden. Das sind, genau. Da sind Freigetestete dabei und Menschen, die aus Verletzungen auch dabei sind. Alles klar. Alles klar. Gibt es an der Stelle weitere Nachfragen? Dann bitte nochmal um ein Handzeichen. Stefan Stock von TV Ingolstadt legt nochmal nach. Bitte, Stefan. Ja, eine Frage noch an den Herrn Beiersdorfer. Ich glaube, die Entscheidung, die sie gemacht haben, diesen Schritt zu vollziehen. Ich meine, André Schubert hat neun Spielen keins gewinnen können. Das ist sportlich nachvollziehbar. Die Reaktionen der Fans waren allerdings ziemlich eindeutig und heftig. Da war ziemlich viel Wut und Enttäuschung dabei. Inwieweit hat man für die Fans, ich sage mal, irgendwo Verständnis, dass man sagt, okay, jetzt hat man wieder einen Dreiner gefeuert, dass da endlich mal Ruhe einkehrt, dass diese Sehnsucht da ist? Ja, ich kann diese Sehnsucht natürlich absolut nachvollziehen. Und natürlich muss es auch erlaubt sein, Frust abzulassen. Volles Verständnis dafür. Allerdings muss man natürlich auch uns verstehen, dass wir, wenn ich jetzt von mir spreche, ich bin ein paar Wochen da, habe mir das natürlich angeguckt. Und ich glaube und bin dann mit meinen Kollegen auch zu dem Ergebnis gekommen, dass das hier zwingend notwendig ist, einen Impuls nochmal zu setzen. Aber nicht nur deswegen, wegen der Kurzfristigkeit, sondern auch, weil wir denken, auch mit Rüdiger einen Trainer bekommen zu haben, der diese Mannschaft entwickeln kann über einen längeren Zeitraum. Das hat er bewiesen und somit dann auch natürlich möglicherweise die Wünsche unserer Fans zu erfüllen. Und natürlich muss es da einen Startpunkt geben. Und wir haben eben oder sehen den Startpunkt mit dem heutigen Tag. Und wir werden alles dafür tun, dass wir das auch umsetzen können und unseren Fans damit entsprechen. Aber ich bitte natürlich auch darum, dass es ist auch so, dass wir auch das mal versuchen, auch wieder positiv ins Positive drehen zu müssen. Wir wissen, dass wir natürlich da selbst mit verantwortlich sind. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man auch hinter seinem Klub steht an dieser Stelle. Und dass man versucht, auch mit den Gedanken bei diesem Klub zu sein, um den Klub auch zu unterstützen. Und volles Verständnis für die Fans, für ihre Enttäuschung möglicherweise. Und ich hoffe, und wir werden alles dafür tun, da können Sie sich sicher sein, dass wir versuchen, diese Entscheidungen zu treffen, die unsere Fans natürlich auch wieder glücklicher machen. Garantien gibt es dafür nicht, aber wir, das kann ich versichern, alles dafür tun an dieser Stelle. Danke. Vielen lieben Dank, Didi. Das war eigentlich schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort, außer ihr habt nochmal eine Nachfrage. Dann bitte um weitere Handzeichen. Bernie König vom Kicker legt auch nochmal nach. Bernie, bitte. Ich hätte jetzt auch nochmal eine Frage, Herr Beiersdorfer, und zwar an Sie. Sie betonen ja, dass dieser Trainerwechsel langfristig ausgelegt ist. Spiegelt sich das dann in der Vertragsdauer auch wieder? Weil Sie sagen ja, es ist mehr oder weniger in sämtliche Richtungen geplant worden? Ja, Sie wissen ja, dass wir über die Vertragsdauer keine Angaben machen, aber wir planen... Vorsichtig anzudeuten. Ja, ja, wir planen natürlich über das Saisonende, wie es immer auch ausgehen mag, hinaus. So sind wir auch angetreten. Das ist auch die Strategie, die wir hier mit verfolgen, weil wir natürlich die Trainerkarriere von Rüdiger Rehm verfolgt haben. Und weil wir wissen und uns sicher sind, dass es ein Trainer ist, mit dem man über einen längeren Zeitraum gut zusammenarbeiten kann, der interessiert ist an der Entwicklung des Teams, der konzeptionell stark ist, von dem wir uns erwarten, dass er uns fordert. Was er gerade gesagt hat, ist auch wichtig, dass wir gefordert werden. Wir wollen uns in allen Bereichen verbessern. Das habe ich auch gestern unserer Mannschaft gesagt. Was wir im Moment noch leisten, ist zu wenig. Wir müssen überall was drauflegen, um auch den FC Ingolstadt nicht nur in dieser Saison oder in dieser Phase wieder auf ein anderes Niveau zu heben, sondern auch grundsätzlich. Und diese Konstellation haben wir mit dieser Verpflichtung geschaffen und sind überzeugt, dass sie durchträgt. Vielen Dank, Didi. Und nochmal die Frage auch an euch in die Runde. Gibt es noch letzte Nachfragen? Das sieht nicht so aus.